Ich würde sagen, dass das Kräfteverhältnis zwischen Deutschland und uns ausgeglichen ist. Aber natürlich dominieren die Deutschen meistens ihren Gegner und setzen auf Ballbesitz. Wir können allerdings nicht nur defensiv gegen sie spielen, weil sie meistens den Ball haben. Wir werden unsere Chancen bekommen, denn trotz des Respekts, den wir vor dem Weltmeister haben, wollen wir unser Spiel durchziehen. Bis jetzt haben wir ein großartiges Turnier gespielt, aber gegen so eine Top-Mannschaft wie Deutschland können wir Geschichte schreiben, wie das in früheren Generationen geschehen ist. Zunächst müssen wir uns aber erstmal auf morgen konzentrieren, denn wir spielen gegen den Weltmeister. Für mich ist das, was 2014 geschehen ist, abgehakt. Die WM war ein anderes Turnier und wir wollen jetzt dieses Spiel hier zu Hause gewinnen und werden alles dafür tun, um ins Finale zu kommen. Wir wissen, dass uns die Fans unterstützen werden und wir freuen uns auf einen tollen Abend. Und das wird uns auf jeden Fall geben. Vielen Dank.